So, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront. Es geht direkt rein. Druiden Alarm werde ich mal spielen. So, ich spiele Imperium-Seite. 6 gegen 6 spielen wir. Das heißt, wir werden dieses Spiel verlieren, weil eigentlich spielen wir nur 6 gegen 5. Aber mal gucken. So, ich werde das neue Ding ausprobieren. Freischaltung. Obwohl ich glaube, hier ist es doch eher Nahkampf-mäßig, aber gut, ich gucke einfach mal. Ach, das ist wieder dieselbe Map. Die kennen wir doch schon. Okay, das ist so nett. Mit das Ding verteidigen. Ja, das war auch nicht wieder genau bei den Rebellen. Das ist halt das, was mich in der Beta auch ziemlich angekotzt hat. Komm schon. Nein. Okay, ihn hat es aber auch zerrissen. Genau in die Annäherungsbombe gelaufen. Okay, das Ziel ist also eigentlich ganz simpel. Wir müssen die Dinger hier verteidigen. Bude einnehmen. Gehen wir mal bei C hin. Okay. Ach, die spawnen dann direkt an den Punkten. Das ist ja ätzend. Ja, ich spiele da ganz schön Quatsch zusammen, aber wie gesagt, das ist... Schuhgang ist sich... Oh fuck. Fuck! Warum treffe ich den nicht? Ich treffe nicht den Kopf. Aber ich glaube, ich habe ihn auch noch erwischt, oder? Das Ding ist ja richtig geil. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Komm schon. Fantaurier-Geschütz. Trägt euch gefälligst an. Wir haben nur noch einen Druid. Oh, an den ganzen Staub sieht man hier gar nichts. Das Geschütz haben sie auch nie durch. Den letzten Druid. Los! Boah! Ich habe sich genau da reingestellt. Letzter Druide wird gesichert. Gegner auf zwei vor. Fuck, ich habe nicht mal was, aber ich stehe seit zwei Keulen. Das spielt echt gut. Sie übernehmen einen Druiden. Halte sie auf. Schnell! Ja, das ist immer eine gute Idee, auf offenem Gelände zu stehen, ohne Entdeckung. Alles noch Sachen, die ich... Oh, fuck. Den müssen wir, den müssen wir mal holen hier. Einen habe ich zumindest erwischt. Die Rebellen übernehmen einen Energiedruiden. Halte sie auf! Auf ohne Volk! Oh, fuck! Hahaha! Doppelkill! Wir müssen den letzten irgendwie noch einnehmen. Was auf der Schütter hinten? Nein, ich stehe genau hinten. Fuck, sie shit! Ah, gut, wir haben gewonnen. 711. Ich bin ja schon mindestens schon mal froh, dass ich ein paar Kills hinkriege. Also gut wie die mit 21 Kills bin ich da nicht. Dafür kenne ich, glaube ich, die Map einfach noch zu wenig. Wohl, dann schwimmen wir weiter. Da, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das... Ah, ich spiele jetzt erstmal so weit, obwohl, nee. Ach, kommt, ich ändere das mal nochmal. Ich werde mal... ...die wieder reinnehmen, weil ich glaube, dass es deutlich besser für den Druiden-One ist. Ich glaube, so ein Scharfschützen-Sachen... ...sind, glaube ich, wesentlich effektiver, wenn man, ähm... ...ich habe leider noch keinen Partner. Ich werde den hier mal gleich übernehmen, weil... ...aber... ...fuck! Ja, hätte ich das mal nicht gemacht. ...fuck! FUCHSE SHIT! es ist in der hand des imperiums holen wir ihn uns zurück wir haben einen ruinen erbeutet gute arbeit das geht gar nicht okay hoffenes gelände meiden hoffenes gelände meiden schade da kamen meine freunde leider ein bisschen zu spät auf dem weg das ding ist echt gut fuck 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 lauf 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 fuck überall die schießen überall lauf sie haben einen ruinen erbeutet wollen wir ihn uns zurück okay c das ist der innenbereich fuck ja genau dieselbe idee fuck die haben wieder c eingenommen komm schon wo gehts denn zu c hoch yes 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 voll daneben geschossen und der steht halt einfach nur da und tut nix er sieht halt einfach nur in der mitte rum ich hätte einfach nur stehen bleiben müssen und den abknallen müssen aber was habe ich gelernt aus der meter immer schön in bewegung bleiben nicht stehen bleiben hier hätte es tatsächlich mal gepasst man sie irgendwie noch holen ein bisschen power-up da sind sie fragt da kommt eine granate von wo wir haben auch ich habe einen power-up Wir haben die Droiden. Verteidigt sie. Koste es, was es wolle. Hallo. Ich bin's. Euer Freund. Yes. Wieder gewonnen. Ich finde die Schlachten sind ein bisschen kurz, oder? Zwei, fünf. Naja, zwei getötet, fünfmal draufgegangen. Ach, die waren auch noch zu zweit. Das ist natürlich ätzend. Ja, schaut euch das an! Ja gut, gegen zwei Leute war es jetzt noch keine Kunst. Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, weiter auf, Spieler. Ach so, da unten sieht man das. Das ist zehn von zwölf. Elf. Zehn. Okay, jetzt geht's los. Oder auch nicht. Okay. Okay, Droiden, Alarm, Sumpf, Absturzstelle. Oh, ich hab jetzt wieder einen Partner. Oh. Ich mag jemand. Okay. Da war ein Sperrfeuer. Dann geh ich mal zu den anderen hin. So, zu C. Okay, die haben wir auch schon. Nein! Boah. Gott sei Dank, da ist ein Power-Up. Auf zu A. Auf zu A. Auf zu A. Auf zu A. A, 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 A. Wie gut das aussieht mit den Pflanzen. Oh, hier hab ich eine gute Stelle. Boah, krass. Ich komm von der Seite. Fuck. Boah, scheiß. Doch noch. Ach, besiegt von dir selbst? Hä, okay. Das kommt also auch mal dazu, dass ich mich selber umbringe. Ich übernehme jetzt einen Ruin. Holt euch sofort diese Ruin zurück. Ach, den haben wir ja schon. Wir haben einen Droiden erbeutet. Der Imperator wird zufrieden sein. Ich glaube, den Imperator interessiert das im Scheißdreck, ob wir einen Droiden haben, oder nicht? So, hier ist eine erhöhte Stelle. Holt euch den letzten Droiden. Haltet sie auf. Schnell. Gegner auf zwei vor. Weg hier. Fuck. Ich hab wenigstens noch ein Kill-Assess bekommen. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Ich steh mal zu sehr im offenen Feld. Das ist ein bisschen nervig. Oh, hier hat man eine gute Position. Die Rebellen übernehmen einen Droiden. Ach, hier mit dem Scharfschützengewehr ist doch nicht so schlecht gewesen. Oh, fuck, fuck. Oh, fuck, hat er mich mit dem Scharf... Ja, wollte ich gerade sagen. Mit dem Scharfschützengewehr war doch nicht so schlecht. Holt euch den Droiden, bevor es die Rebellen tun. Vorwärts. Ich geh mal wieder zu C. Die Stelle hier kenn ich ja schon. Es ist tatsächlich ein bisschen schwer, dass... Oh, ein Orbiter-Strike. Holt euch den letzten Druiden. Macht sie fertig. Geh mal hier schnell hin. Das waren zu viele. Okay, ich muss irgendwie eine erhöhte Stellung bekommen, damit ich den Orbit Strike mal einsetzen kann. Ist alles nicht so berauschend. Ja. Nei. Vorher gegen den Baum gehämmert. Ja, ich will gar nicht behaupten mit Shooter mich gut auszukennen, aber es ist da wo es Da tut man alles dafür, dass man einigermaßen klarkommt. Wo sind die denn jetzt? Das sind halt aber auf Reichweite echt. Hä, warum hat man ja wieder volle Lebenspunkte? Was ist da denn los? Bleib mal bei dem hier, hab ich ne gute Verteidigung. Fuck! Hat er nicht gesehen. Wir haben nur noch einen Droiden. Lasst euch was einfallen. Die Rebellen stehen mit dem Brücken zur Wand, wo noch ein Droiden. Der ist so ein Arsch. Das sieht wirklich so unglaublich gut aus. Meine Droiden erbeutet. Gute Arbeit. Kartmann oder so? Dann geh ich mal zu C. Ich treffe halt mit dem Ding einfach nix. Das ist so scheiße. Ich bin halt einfach zu blöd, was zu treffen. Was ist das hier für ein Weg? Wo führt der hin? Hier vorbei. Ah, da ist mein Kumpano. Kumpano. Sie holen sich die letzten Droiden. Schlagt sie zurück. Ich glaube, wir machen wir momentan sehr ziellos durch die Gegend, aber ich versuch mal... noch hat er mich nicht gesehen, da oben in den Bäumen. Vielleicht kriege ich den ja noch. Übernehmt diesen Droiden! Sie stehen am Abgrund. Holt euch den letzten Ruin. Okay, ich glaube, ich gehe mal einfach weg. Ich weiß nicht, die haben C eingenommen. Mal A haben sie noch nicht. Fuck, das ist shit. Sie übernehmen den letzten Droiden. Haltet sie auf. Nein! Ich habe ihn noch da in der Ecke gesehen. Scheiße. Komm schon. Du was. Droide gesichert. Ausgezeichnete Arbeit. Okay. Yes! Huch! War knapp. Elf, äh, 5-11. So eine richtig positive Bilanz kriege ich irgendwie nie. Na gut, ich würde sagen, das war's. Yes! Weiße Droiden aktiviert! Wieder einmal. Einsatz die Punktzahl erreicht. Ach. Na ja, immerhin. Na ja, immerhin. Level Up gab's jetzt noch nicht, aber, ähm, ich lass das jetzt mal. Okay, dann, ähm, eine Folge werde ich jetzt noch aufnehmen. Und zwar Folge 6. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach, äh, zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Also, bis dahin, tschau. Ciao!